Sonst haben wir nix, ne? Keine Höhlenmeinerei und nischt, nö. Dann weiter geht's. Okay, ich dachte ich hätte was gesehen. Dann geht's weiter hier runter. Niedrig. Da raus. Ja, siehst du mir, oder? Oder, oder, oder? Huh. Ja, da oben. Moment, da war was. Da. Tagebuchentrag. Echt, ja? Riesen. 20. März 1808. Ich flieb standhaft. Selbst wenn wir Elbowies Versteck finden würden, hätten wir mit nur einem verbleibenden Schiff kaum genug Platz für uns selbst für die Rückreise, ganz abgesehen von irgendwelchem Hindu-Gold. Ich wandte mich an den ersten Offizier Hayes, damit er mir zustimmte, aber er wich zurück, als hätte ich die Pest. Dann kam bei uns mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf mich zu und ermahnte mich, das Gute der Expedition zu bedenken. Ich sollte die Mannschaft nicht zum Widerstand aufstacheln. Die Drohung hinter seinen Worten war deutlich, also deutete ich darauf hin, dass ich etwas Ruhe benötige und zog mich in mein Lager zurück. Zur Hölle mit diesem Narren. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Mein Vermächtnis sollte nicht bloß Worte im Buch dieses Mannes sein. Wenn Wörz glaubt, dieser Ort ist libertal, ja? Falls er weitermachen will, dann müssen er und die anderen dies ohne mich tun. Ich werde mich bei Tagesanbau vor dieser Gruppe absetzen. Mal sehen, wie weit sie ohne Navigator kommen. Ist da noch irgendwas? Ich hätte gerne mal einen Standort, hier sind wir, äh, hier sind sie, so einen roten Punkt oder so. Gut. Arme Schweine. Aber machen wir weiter, dass wir nicht so enden. Äh, okay. Ich will zum Thema da also, das ist eine Sackgasse. Da müssen wir nicht hoch. Wer macht das schon wieder Sorgen? Äh, dass Welfel hier oben ist. Äh, das gefällt mir nämlich gar nicht. Sonst muss ich gerade überlegen, wie ich es weiter machen. Tipp. Ach, da hängt noch ein Kollege. Kannst du da hochklettern? In den Stiefeln? Hopp. Okay, das klappt nicht. Ich weiß nicht. So was, wenn, äh, beim Klettert oder so? Plup. Den brauchst du bestimmt nicht. Sie haben den Kletterhaken aufgenommen. Sehr schön. Okay, so war's eigentlich nicht gedacht. Man sollte auch die Hinweise lesen, die da stehen. Das werde ich jetzt doch mal tun. Den brauchst du bestimmt nicht. Eine Kletterhaken aufgenommen. Warte mal. Gerade porösen Oberfläche greifen und... direkt drücken, um in den Kletterhaken reinzugehen. Ja. Das geht. Ah, der Moment, der will da hoch. Ihm fast da. Puh. Das war jetzt ein bisschen tricky, aber es hat geklappt. Da unten ist nur eine Pfütze. Das ist jetzt gerade nichts. Weil ich habe jetzt gerade irgendwas blinkern sehen. Aber interessante Sicht, oder? Geht's auch weiter sogar? Ja. Ich halte kurz weiter zu gehen. Da irgendwo... Warte mal. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Da oben hin. Komme ich da ran? Außen Stand? Ja. Passt. So. Jetzt muss ich mich gerade wieder orientieren. Scheint aber da in die Richtung weiter zu gehen. Ich glaube, auf die... Da in die Richtung müssen wir zumindest, glaube ich. Auf dem riesigen Ding da. Ja. Ja. Oh, scheiße. Puh. Hey, hey. Worauf fliegt du? Habt was gesehen. Eine Bewegung da, bei den Bäumen. Das ist der Jungleman. Da bewegt sich alles. Ich sehe nichts. Verdammt. Okay, Leute. Falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Ja. 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 Das ist nicht so. Ich glaube ich hätte entsprungen die virtuelle mit dem doch nicht in sie. Glaubst du, der andere liebt noch? Ich bin für eine Leiche, bin. Bleibe ich auch dabei. Wie haben die das gerade überlebt? Die haben mehr Glück als heute. Tja, auch eine Glückssträhne endet mal. Mal sehen. No! Ich glaube, wir müssen gerade warten, bis der wiederkommt. Weil da hinten der Kuppel noch steht, wenn ich jetzt beide alarmiere. Wir kommen nämlich jetzt eh wieder. Das habe ich mir nicht eingebildet. Scheiße, hier drüben! Feuer, fein! Ja, nimm ihn! Das ist scheiße. Scheiße, der war tödlich. Fuck, 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 ich war zu langsam. Scheiße, was war... Gleich hier! Ich weiß nicht, wo... ...das ist verliebt! Ach, da! Das ist doch nicht wahr Warum muss ich denn immer Das ist denn mindestens noch eine Das heißt, da hinten schleicht immer noch einer rum irgendwo Ah, da Dachte ich mir doch, dass da noch was Den habe ich zuerst übersehen Nämlich Moment Verdammt Scheiße Bleibt mit diesem Scheißer Urteil Schärfe Granate Oh Mann Scheiße Erledige ihn Wir machen nicht alle Hab ihn Nein, 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 nein Nein, 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 nein Zeig dich endlich So Alles klar Zorweg Und Das war's. Kuckuck. Also da steht mindestens noch drei. Würde ich jetzt spontan sagen, aber viele Leute können... Eins, zwei... Boah, Alter, ist ja noch mehr. Ja, unten sind noch zwei. Ich kann nicht drauf zielen, das ist das Problem. Der war tödlich. Scheiße. Ich muss ja rausgehen, das ist das Problem. Er ist down. Der auch. Komm raus! Schieß auf ihn! Hab ich doch alle weg oder was? Ich muss ja rausgehen. Ich hoffe, dass ich den letzten... Dass der den... Aber das sind doch wohl irgendwo Feinde. Weil sonst würde er nicht mit der Waffe weiter rumlaufen. Was? Ah. Hi. Hey. 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 Geht es nicht. Boah, Alter, wo läuft eine Laserfritze rum oder ich weiß nicht wo. Das hat sie hinter mir stehen. Ich weiß nicht, wo du bist. Da oben. Ich weiß nicht, wo du bist. Nein, nein, nein! Ich habe noch Granaten an, die da hinten oben stehen. Woah, Scheiße! Ja, geh ab, ist gar nicht raus. Boah, Alter, sind das einige, ey? Boah, Alter, sind das einige, ey?